In Zukunft kann man sich durchaus vorstellen, dass es so etwas wie Content-Marketplaces gibt. Das heißt, Studierende oder zukünftige Studierende suchen sich nicht mehr eine bestimmte Universität aus, sondern sie gehen zu einem Content-Marketplace, wo sich die besten Inhalte von den besten Professoren aus der ganzen Welt zugreifen und diese dann auch direkt in Credentials umwandeln. Das ist der erste starke Veränderungspunkt, den wir sehen werden in der näheren Zukunft. Der zweite ist Competency-Based Teaching. Das heißt, Competency-Based Teaching heißt ganz klar, dass es auf spezifische, zukunftsorientierte Aufgaben hin gefördert wird. Heutzutage, wenn ich ein Engineer im Programming-Bereich bin, im Silicon Valley, dann kriege ich meine Competencies und meine Skills nicht an der Universität, sondern die kriege ich durch Organisationen wie Code.org und viele andere, die sich darauf spezialisiert haben, möglichst berufsrelevante Skills zu vermitteln. Universitäten müssen aufpassen, dass sie sich nicht nur auf die Forschung fokussieren. Natürlich ist der Hauptauftrag der Universitäten Forschung, aber Lehre und berufsförderndes Lehren, denke ich, muss ein stärkerer Bezugspunkt der Universitäten in Deutschland werden. Man sieht heute schon, es gibt sehr, sehr viele industrielle Unternehmen, die ihre eigenen Universitäten geschaffen haben. Es gibt Universitäten von Beratungsunternehmen, es gibt Universitäten von großen Industrieunternehmen, die spezifisch momentan noch auf ihre eigenen Mitarbeiter sich fokussieren. In Zukunft, denke ich, werden diese Unternehmen auch ganz spezifisch, und sie tun es jetzt schon in den USA und in Asien, ganz spezifisch auf die Lernenden zugehen, während sie noch in der Universität sind oder sogar bevor sie in der Universität sind. Das heißt, die Rolle der Universitäten als einzelner Vermittler des zukünftigen Wissens wird sehr stark reduziert werden, es sei denn, Universitäten verändern sich. Das heißt, die Rolle der Universitäten von Beratungsunternehmen,